Was denn? Wuuuuh! Okay, aber das... Ja, so geil ist das jetzt auch nicht. Achso! Alter, was ist das denn?! Shit, man, ja! Alter, was... Wie geil! Wie geil! Weißt du, ich krieg nur so hässliche Throwing Darts! Sehr gut! Du kriegst hier so ne fette Maske, Alter! Ist das Dreck, dieses Spiel? Da sind Haare mit Hörnern dran! Voll cool! Voll cool! Ja, und jetzt ist der Krieg eröffnet um die Truhen, Alter! Ah, scheiße, er rennt vor, du hast die Truhe schon geleert hier, oder? Nein! Ah! 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 Kommst du hier auch hoch? Nein! Kann ich hier endlich durchbauen? Und? So! Danke! Ach, dieser dreckige... Dieser dreckige Typ, Alter! Krieg gleich so'n geilen Scheiß! Und das ist auch noch so'n neuer geiler Scheiß, weißt du? Oh ja! Nicht mal alter geiler Scheiß! Du siehst so aus wie ein Mädchen, aber ich erlau es! Weißt du, denn sich auch noch beschweren, weißt du? Ne, ich seh, ich finde ich seh mega geil aus! Das sind einfach mal... Warte! Da ist er vor der Aufnahme noch sagen, Star Wars und so'n Scheißspiel, ja, kriegst nie geilen Scheiß, weißt du denn jetzt sowas? Hast du was gesagt? Ne, es warst du! Wann? Vor der Aufnahme hab ich dir grad gesagt, die Leute wissen, dass sie mir trauen können im Gegensatz zu dir, ich würde sie nie anlügen! Du bist nach unten gegangen, oder? Nein! Oh, ne Truhe! Ich verstehe! Ehm... Nein, zieh nicht so aus! Hast du da unten auch noch ne Truhe? Nein, deswegen lache ich nicht... Äh, wirklich nicht! Uh! Noch ne Truhe! Nein! Nein! Oh Gott! Ah, shit, man, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. So. Hm. Alles klar. Aua. Äh, ja. Gucken wir, habe ich irgendwas Dreckartiges dabei. Ja, etwas Sand. Ach, dein Gesicht. Okay, ich hoffe, dass der auch hält. Äh, so. Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze anders machen. Bist du, hast du was gefunden, oder? Äh, ja. Gucken wir gerade mal, was das ist. So. Eine Truhe mit einem Tech, mit einer Tech-Karte noch. Das ist gut. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, machen wir nochmal. Genau. Hier auf die andere Seite nochmal. Oh, hier ist noch eine Truhe, schön. Und da haben wir, oh, Verbandszeug, sehr gut. Das kann man immer geworfen. Auf jeden Fall. Äh, komm, bist du gerade nach unten gelaufen, weiter? Jojo, jojo. Deswegen habe ich vorhin gelacht, weil ich einfach den die Facken ausgebracht habe. Hm. Jetzt bist du wieder angemacht, sonst will ich den Weg nicht zurück. So. Okay, hier haben wir, oh, kein Shit noch weiter. Äh, das da hinten ist Kohle. Nehmen wir auch mal mit. Auf jeden Fall, die brauchen wir auch sehr gut. Was bist du denn? Ach so, ist ne Maus. Bei Ruhestoffen sage ich erstmal, dem alles mit Wissen im Bitten. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Wie gesagt, ich bin oben nach links weitergegangen. Und da war auch wieder ein bisschen so, ähm... Ich habe schon gesehen, da war wieder so eine Hütte, Dingsens, so, ähm, Tempel-mäßig. Genau, und das ging hier auch noch ein Stück noch weiter nach links. Und da war, oh, ich glaube, das ist Silber. Ah. Könnte Silber sein. Silber brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich habe zwei Silber-Oars. Gefunden. Und gehe hier quasi unten einmal weiter. Oh, das sieht nicht. Ah, ein Geist. Sock Madness hat Angst vor Geistern. Ah, Geister. Er hat sich letztens eingenässt. Du nicht? Nee, ich habe sie angepinkelt. Oh, fünf Silber-Oars. Nice. Ah, okay. Was ist das? Geister. Oh, noch mehr Silber-Oars. Schön. So, ja, verdammt. Okay, okay. Hier. Ach man, jedes Mal entdecke ich, geht es so weit, dann gehe ich zurück und dann falle ich immer wieder runter. Okay. Ja, Silber ist jetzt auf jeden Fall wichtig. Okay, hier oben ist nichts mehr. Dann brauchen wir mal diesen Schiffel hier ab, weil der geil aussieht. Sieht aus wie Fiber, bloß in dick, fett, geil, lila. Genau. Oh, hier ist ein Portal. Du hast ein Portal gefunden? Äh, ja, die teleportieren dich so in diese komischen alten Höhlen rein. Oh, okay. Äh, das Problem ist, die ist scheiße hart, deswegen gehe ich jetzt dadurch nicht durch das Portal. Aber die sollten wir uns markieren und eventuell mal in einer Folge machen. Davon findest du auf vielen Planeten welche, manchmal sogar mehrfach auf einem. Also die werden wir auf jeden Fall nochmal sehen, aber da gehen wir da rein, wenn wir geileren Scheiß haben, um den abzukacken. Ja. Das ist nur halb so peinlich. Wow, shit. Geht's hier tief runter. Okay, das ist ein Problem. Das sieht aus wie ich nicht noch mit mir alles. Das ist ein komischer Geist, Alter. Limestone. Bin hier ziemlich weit runter geflogen. Ähm, ist das gut oder schlecht? Du musst schon irgendwie wieder hochkommen. Ähm, bisher komme ich hier gerade nicht wieder hoch, allerdings habe ich hier geile Rotstoffe. Ähm, das ist auch schon mal was. So, ich habe hier nämlich die Blätter gefunden, sehe ich gerade. Iron Ores habe ich gefunden. Ein bisschen Copper Ore. Hm, ich finde sicherlich wieder hoch. Nur unsere letzte Worte. Wohl wahr. So. Ein bisschen Sand können wir auch mitnehmen, merke ich gerade. Da kannst du nämlich Glas draus machen. Hier geht's auf jeden Fall richtig gut tief runter. Okay. Bei dir irgendwas gefunden? Ähm, ja, die Tür und äh, sonst nur so Hintergrund Zeugs. Aha. So, so, so rohstoffmäßig, so ein bisschen Pflanzenzeug. Hm. Dass man sich so geil unten in die... Oh, jetzt bin ich tief runtergefallen. Oh, oh. Hm. Oh, oh. So ein Shit. Oh, knapp, Alter. Oh, shit. Ich habe noch extrem viel Leben. Alter, sieht das geil aus. Bin noch tiefer runtergefallen. Ich bin auf jeden Fall wieder hoch. Aber hier ist auch gut Rohstoffe. Oh, shit, geht's hier tief runter. Aua. Und noch tiefer. Hm. Okay, und zack. Das sieht aus wie Goldohr. Mitnehmen. Hm. Hängt bloß direkt über einer Schlucht. Mutig sein. Ist eigentlich so ein Zock Madness. Gut. Okay, Limeblock 28. Da machen wir einfach... Oh, das ist auch Goldohr. Oh, das ist eine Schlucht. Hm. Ey, das sind Gebiete. Oh. Findest du geilen Shit? Weiß ich noch nicht. Ich überquere jetzt gerade hier. Einfach mal komplett so. Das heißt, sogar wenn du jetzt von oben einfach runterfallen würdest. Ja. Kann dir nichts passieren. Alter, ja, das ist ein Tempel. Oh. Ich finde geilen Shit. Ich sehe eine Truhe. Ja. Ich gehe gleich runter. Jetzt brauche ich aber das Gold. Ja, wenn man Gold gefunden hat, gerät man in einen Goldrausch. Ja, den hat man immer. So. Das sieht aus wie noch mehr Silver Ore. Da weißt du, was ich mir jetzt mal mache? Campfire crafte ich mir mal kurz. Da berate ich mir mal kurz, was zu Phrasen, Alter. So, ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Was heißt, wenn du was zu Phrasen oder was zu beraten mit hast? Okay. Limestone, Limestone. Alter. Alter. Was ist das denn hier? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Äh, hier unten ist wieder diese Bloody Puss Zeugs. Okay. Äh, guck mal rein. Okay, in der Dingstens, in der Urne ist nichts. Oh, shit. Jetzt die Truhe. In der Truhe ist ein Teleporter-Kerrin. So, als guter Grabräuber nehme ich alles mit, was keine, was nicht in die Nadel fest ist. Und vor allen Dingen will ich eins mitnehmen. Und das sind diese geilen Säulen hier, Alter. Ja, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Unterstütze deine Grabräuberei vollkommen. Ja, das würde ich auch machen, wenn es nicht mein Grab wäre. Nee, vertraut mir, wenn du die Säulen siehst, würdest du sagen? Die hätte ich auch geklaut. Ja. Shit, schon wieder Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Ja, die sind ein bisschen nervig. Aber du bist schon ganz schön tief unten, ne? Ja. Vergiss nicht, dass du auch noch irgendwie hochkommen musst. Ja, daran denke ich auch gerade. Sonst ist nämlich der ganze scheißgeile, äh, geile Scheiß weg. Ja, ich denke mal, ich komme langsam auch wieder hoch. Nicht für mich. Unten bei dem nehm ich bei diesem ganzen Bloody Puss-Zeug und das ist so. Das kam mir in die Augen. Shit, hier sind überall Fledermäuse. Ja, was du tust, mach nicht einen auf Batman. Sie wüssten, dass du Angst hast. Hm, ich habe mich gerade mal vor Ihnen eingebaut. Muss ich jetzt wieder frei bauen. Hab mich gleich erstmal nach oben. Bevor der gerade Scheiß weg ist. Hm. Ja, weil meine Lebensanzeige ist gleich low, low. Mhm. Hast du nicht noch irgendwie Medikamente oder so? Ja, da habe ich gerade dran gedacht und die werde ich jetzt mir erstmal reinziehen. Ich ziehe mir auch nochmal was rein. Noch ein bisschen Salbe, alter. Okay, sie heilt, sie heilt, sie heilt. Die heilt gut, die Salbe. Die heilt auf jeden Fall gut lange, ja. So, dann wollen wir erstmal uns hier wieder den Weg nach oben graben, würde ich sagen. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Glück bei dir. Mit was? Mit nach oben graben. Aber das weiß ich nicht, das wird sich nachher gleich zeigen. Zack. Okay, ja. Ja, ich mache mir jetzt ganz langsam hier den Weg hoch. Wäre natürlich der schnelle Weg einfacher gewesen. Aber die Fledermäuse sagen nein. Sind wir keine Freunde von deinem Let's Plays? Vielleicht sind sie einfach unzufrieden, dass du so viel unverendet hast. Das sind diese Haterlecker, äh. Lecken die Hater oder was? Nein, die... Ja, alten Haterlecker. Die lecken sich gegenseitig, weil sie so eine Hater sind von coolem Shit. Der Diss war nicht ganz durchdacht. Nee. Nicht wirklich. Trotzdem habe ich gelacht. Dann hat er seinen, äh... seinen Nutzen gehabt. Auf jeden Fall. Schneller, schneller, grabe er hoch. Denn ich habe Hunger. Langsam. Erst vor der Aufnahme, dass er was essen soll. Oh, 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 oh. Das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Nee, ich bin fast in meinen Tod gefallen. Alter! Alter! Und du hast kein Shit gefunden? Ja, hier unten ist so eine Hütte. Die sieht aus wie so eine alte Fischerhütte. Und hier aus irgendeinem Grund ist es hier unten neblig. Und das sieht so richtig gerne spooky aus, Alter. Oh, mach ein Screenshot. Oh, Silberpick-Aggs. Geräubert. Ein Screenshot. Wie mache ich ein? Ich habe keine Ahnung. Ah, da geht es schon mal nach oben raus. Und nach einer zu einer Fledermaus hin. Miese Fledermaus, verzieh dich. Alles klar, wir graben uns raus. Und fisten aber die Fledermaus weg. Eeeh. Nennt den kleinen Fledermaus-Anus. Ja. Sie stellt sich mir in den Weg. Sie hat es nicht anders verdient. Und jetzt quietsch wie ein Schwein quiiik. So, weg ist er. Und es gab ein Hähnchen. Das ist ein wenig verstörend. Es scheint eine leckerschmecker Fledermaus. Oh, ist das Gold? Ja, das ist Gold. Äh, dann kommt es auch noch mal ein bisschen Gold. So, und? Da oben ist eine Fackel. Nice. Was denn? Oh, was ist das für ein Vieh, Alter? Oh, der spuckt mich an, Alter. Der spuckt auf deine letzte Pleche. Oh, der spuckt mich an. Ah, Mann. Hör auf mit dem Scheiß. So. Sehr gut, da oben ist eine Fackel. Fackeln halten, da geht's nach oben. Zack. Alles klar. Oh, Alter. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ach, schön. Ich überlege gerade. Gehe ich da oben hoch? Ja, ich probiere es da oben hoch. Gut, die Fledermaus mit der Fahndung, weißt du, und spuckt mich an, Alter. Das musst du mir überlegen, Alter. Mich, current Creeper, spuckt einfach diese Fledermaus. Äh, es war nicht mal eine Fledermaus, sondern ein anderes Vieh. Das hat sich für cool gehalten, was mich anspuckt, Alter. Ah, hier geht's nicht. Das war Anspuck, LP. Eine Schnecke. Da ist eine Truhe. Nein, aua. Tot? Nein. Aber ich glaube, ich... Sterbe bald. Dann gehe ich aber unbedingt nach oben. Egal wie. Oh, noch so ein Spookyhaus. Hab ich vor. Das kann losgehen. Moment, die letzte Worte. Ja, für 80 Gold. 80? Gold, oh, oder Pixel? Äh, Pixel. Achso, oh, ich dachte gerade, Alter, geil. Oh, 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 oh.